Nach dem Tod eines Anführers der militanten Palästinenser Organisation Islamischer Dschihad ist es zu einem massiven Raketenbeschuss aus dem Gaza-Streifen auf Israel gekommen. Khada Adnan war nach einem 87-tägigen Hungerstreik in einem israelischen Gefängnis ums Leben gekommen. Adnans Witwe hatte noch versucht, die steigende Anspannung zu beruhigen. Rund 22 Flugkörper seien auf israelische Städte abgefeuert worden, so das israelische Militär. Vier Raketen seien abgefangen worden, 16 weitere auf offenem Gelände gelandet. Nach Angaben von Sanitätern wurden mindestens drei ausländische Staatsbürger auf einer Baustelle verletzt, einer davon schwer. Die israelische Polizei berichtete von zwei weiteren Verletzten.